Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte nicht recht zufrieden sein, Martin, damit wunderschönes Hallo zu dir nach Kulmbach. Denn was wir tatsächlich gesehen haben gestern im Handelsverlauf, ist, dass die 12.200-Punkte-Marke, das ist da, wo die 200-Tage-Linie beim DAX-Roundabout verläuft, dass die gehalten hat. Es war gestern viel Nervosität am Markt und wir sind ja gute 500 Punkte nach unten gekracht und heute sehen wir zumindest mal für den Moment eine leichte Beruhigung. Nicht zuletzt auch, weil die Fab Four gestern aus Amerika sehr gute Tech-Zahlen vorgelegt hat. Du wirst gleich darüber sprechen, ich will da nichts vorwegnehmen. Aber das hat zumindest hier auch mal so ein bisschen die Gemüter beruhigt und dafür gesorgt, dass die Mehrheit der 30 DAX-Aktien im positiven Bereich unterwegs ist. Vor allen Dingen die Aktie von MTU Aero Engines, denn die tatsächlich haben das getan, was keiner eigentlich erwartet hätte aus dieser Branche. Sie haben tatsächlich die Prognose für das Jahr 2020 nach oben mal angepasst. Um 11 Prozent sehen Sie da ein Umsatzwachstum Richtung 4 bis 4,6 Milliarden Euro. Das kam erstaunlich gut an, nämlich mit einem Aufschlag von gut 4 Prozent. Und damit dir ein schönes Wochenende. Es soll ja sehr schön werden. Ich hoffe, ihr grillt ein wenig. Jawohl. Erholt euch gut. Ja, genau, morgen. Dann guten Appetit auch und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. So, also, Sie sehen, wir sind schon so mehr oder weniger im Wochenendmodus. Also, wir sehen vor allem bei den Tech-Werten einen Aufgalopp im Future. 1,2 Prozent geht es da nach oben, natürlich gezogen von den Kursgewinnen, die wir gerade so bei den größeren Werten sehen. Und deshalb kommen wir auch gleich dazu. Aber vorher noch eine Meldung, die heute Morgen jetzt über die Ticker gegangen ist und die Nvidia in den Fokus der Anleger rücken dürfte. Was ist passiert? Nvidia soll angeblich in doch schon weiter fortgeschrittenen Gesprächen sein zu einer Übernahme von ARM. Wenn Sie nicht wissen, was ARM ist, das ist einer der größten Chip-Hersteller weltweit, wurde 2016 von Softbank in einem aufsehenerregenden Deal für 32 Milliarden Dollar letztendlich gekauft. Und ARM-Chips finden Sie in einigen Produkten von Apple beispielsweise, aber auch in ganz vielen anderen Geräten. Das sind so White-Label-Lösungen, die dann ganz häufig auch hier zum Einsatz kommen. Also schon ein sehr, sehr großer Konkurrent zu Intel und auch zu AMD. Und jetzt würde hier zusammenkommen, was zusammen gehört. Es gibt allerdings ein paar Fallstricke. Also Fallstrick 1, Nvidia ist ja ohnehin schon relativ gut dabei mit seinen eigenen Chips. Wenn die jetzt ARM kaufen, dann würde ihre Marktposition, um es vorsichtig auszudrücken, gerade bei Spezialchips natürlich noch größer werden. Das heißt, es dürfte auf jeden Fall Gegenwind geben von den Wettbewerbshütern, die unter Umständen hier sagen, naja, also so gerade, was natürlich autonome Fahren betrifft etc. pp. Da könnte es passieren, dass wir nicht so ganz glücklich sind. Also die Wettbewerbshüter werden sich den Deal sicherlich ganz genau anschauen. Zweite ist natürlich der Preis. Ich habe ja gerade gesagt, Softbank, die haben 32 Milliarden Dollar bezahlt. Jetzt haben aber Branchenanalysten schon herausgefunden, würde ARM im kommenden Jahr an die Börse gehen, also einen ganz normalen Börsengang machen, dann würde die Bewertung wohl doch schon deutlicher über 40 Milliarden Dollar liegen und die haben das so ein bisschen nach vorne projiziert. Die Geschäftszahlen des Unternehmens, die Entwicklung, die Aussichten haben gesagt, und wenn wir dann so ein bisschen nach vorne schauen, 23, 24, 25, dann könnte das Unternehmen sogar, ja, sicherlich schon über 50, vielleicht sogar 60 Milliarden Dollar wert sein. Also, hier wird Nvidia vermutlich, wenn das alles dann zutrifft, schon ordentlich in die Tasche greifen müssen. Nichtsdestotrotz geht ein Deal durch und sollte schneller als erwartet passieren, also sich letztendlich die Wettbewerbshüter doch nicht so streng zeigen, dann wäre das auf jeden Fall ein Riesendeal für den Konzern. Und selbst wenn man damit rechnen muss, dass bei diesem Kaufpreis, der dann vermutlich irgendwo 36, 38, 40 Milliarden liegen dürfte, selbst, dass die Aktie da vielleicht erst mal unter Druck kommt, langfristig sicherlich eine sehr gute Angelegenheit und ein sehr sinnstiftender Deal, ist das einzige Unternehmen, das da irgendwie auch in Frage kommt, für eine entsprechende Übernahme. Auf der anderen Seite ist Softbank natürlich, da müssten Sie sich auch, könnte man durchaus davon ausgehen, Sie würden das Geld nehmen, um Ihren Schuldenberg, den Sie ja vor sich her schieben, weiter zu verringern. Sie haben schon einen Großteil der Aktien an Sprint letztendlich weitergereicht und der Armverkauf wäre dann ein weiterer Schritt in diese Richtung, den eigenen Schuldenberg ein bisschen runter zu kriegen, damit auch da die Aktionäre mal endlich zufrieden sind und Ruhe geben, denn da werfen Kritiker dem Unternehmen ja den hohen Schuldenstand unter anderem vor. Also, jetzt Amazon, haben wir gleich mal in Euro mitgebracht, Sie sehen, es geht hier kräftig nach oben und jetzt muss ich ganz kurz meine Notizen noch holen, weil ich habe mir heute Morgen dann vor allen Dingen natürlich auch mal angeschaut, Mensch, wie haben sich denn die Analysten zu den ganzen Vorgängen am gestrigen Abend geäußert? Also, und Goldman Sachs, die haben hier mal richtig wieder das ganz große Rad geschwungen, die sagen, tja, wir sind jetzt knapp über 3.000 Dollar, aber die Aktie hat durchaus Potenzial, bis auf 4.200 Dollar zu laufen. Das ist natürlich sehr positiv, sehr optimistisch, aber das ist momentan Street High für Amazon und befeuert auch so ein bisschen letztendlich natürlich den Kursanstieg, den wir aktuell sehen, dass die Zahlen klasse gewesen sind. Ich habe es ja heute Morgen alles mit dabei gehabt, mal eben aus der Hüfte 7,5 Milliarden mehr Dollar umgesetzt, als erwartet worden war, 7,5 Milliarden Dollar. Also, das ist schon ein ordentliches Fund. Einzige Haar in der Suppe, ich hatte es heute Morgen schon mit dabei, ist vielleicht das nicht abschwächende Wachstum bei AWS, aber im Kerngeschäft mit dem E-Commerce, das läuft wirklich wie geschnitten Brot, wie gestört. Genauso wie bei Facebook, 2,7 Milliarden Menschen mittlerweile einmal im Monat auf der Plattform Instagram schnurrt wie ein Kätzchen und die Aktie hatten wir tatsächlich, zwar nicht in Euro, aber auf jeden Fall schon in US-Dollar, auf Rekordhoch. Und auch hier haben wir nachgeschaut, was sagen denn die Analysten, Credit Suisse beispielsweise mit Street High, 315 Dollar trauen die Analysten dem Unternehmen zu. Die Story ist mehr oder weniger immer dieselbe. Ja, es gibt Geheule und es gibt Kritik an der Unternehmensführung, am Datenschutz, daran, dass Facebook auch vielleicht zu wenig tut, um Hate Speech zu unterdrücken, Fake News zu unterdrücken, aufzuspüren und dann zu löschen. Aber eben auf der anderen Seite das operative Geschäft, das einfach nicht nachlassen will. Und wir haben dann ja auch gesehen, die Auswirkungen des Ballkots auf die vergangenen Zahlen, sie waren praktisch nicht existent. Und man, also sie sind natürlich da, man kann sie auch nachrechnen, aber sie sind nicht sichtbar, wenn man überlegt, was der Konzern hier letztendlich an Umsätzen generiert. Apple, da habe ich ein anderes Kursziel für Sie mit dabei. Auch da haben sich natürlich ganz viele sehr positiv geäußert, die gesagt haben, Mensch, mit den iPhones, die Verkäufe im vergangenen Quartal so gut gelaufen. Jetzt geht man natürlich davon aus, weil ja Apple selber gesagt hat, es wird sich ein paar Wochen verzögern, das neue iPhone, dass es hier dann für Q3, also für unser Q3, letztendlich zu einer Absprechung kommen wird. Das wäre aber keine große Überraschung. Das ist das, was man momentan jetzt ganz einfach sieht. Nichtsdestotrotz heute Morgen, Sie sehen es, ordentlich Begeisterung. Und da hat sich ebenfalls Goldman Sachs zu Wort geäußert, die ja eher euphorisch sind, jetzt beispielsweise für Amazon, aber eben nicht für Apple. Und da sagt der Kollege Analyst 314, das ist schon sehr, sehr niedrig, liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs, weil er die Aktien momentan ganz einfach für überbewertet hält und glaubt, dass das Wachstum sich deutlicher absprechen wird. Sie sehen aber momentan, es tut einfach der guten Laune unter den Anlegern keinen Abbruch. Ist mein Codec war mein Dauwert. Mehr als 100 Jahre Unternehmensgeschichte. Ich bin mit den Filmen groß geworden und auch mit den Kameras groß geworden. Dann haben die alles verschlafen, was man in dieser Branche an Innovationen verschlafen konnte, nämlich vor allen Dingen die Digitalfotografie. Und da ist man nicht mehr rausgekommen. Und deshalb irgendwann musste tatsächlich sogar Insolvenz angemeldet werden. Dann haben sie mal ein bisschen was probiert. Sie haben ein Pharmaunternehmen übernommen. Dann haben sie sich vor einiger Zeit mal mit Kryptowährungen versucht. Aber das hat irgendwie nicht so richtig gefunst. Und trotzdem ist die Aktie dann gestern zeitweise um mehrere hundert Prozent gestiegen. Und der Zuwachs in der vergangenen Woche zeitweise, übrigens das hier, diese 29,83 und selbst diese 33,20, das können Sie alles knicken. Es gab gestern so häufig Wohlerunterbrechungen in dem Wert. Wir haben in Spitzen tatsächlich Werte von 57 Dollar gemessen. Also hier irgendwo, das wird dann hier oben irgendwo gewesen sein. Bevor es dann doch relativ rasant auch wieder nach unten ging. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ein Kredit über 760 Millionen Dollar gewesen. Und den bekommt Eastman Codec, weil man eine Produktion für einen Wirkstoff unter Umständen im Zusammenhang mit Covid-19 letztendlich entwickeln soll. Worum geht es da um den Aufbau der Produktion für Chloroquine? Das ist das letztendlich, was der amerikanische Präsident im Kampf gegen Covid-19 empfiehlt. Und da werden Sie jetzt sagen, Moment, aber da haben doch alle gesagt, das hilft nicht. Das ist doch ein Malaria-Mittel. Ja, genau. Der US-Präsident hat gesagt, er nimmt es ja selber. Er hat es ja auch eine Zeit lang genommen, offensichtlich ohne Nebenwirkungen. Seine eigene Gesundheitsbehörde empfiehlt das übrigens nicht und hält das auch für keine gute Idee. Weil es erstens nicht hilft zur Behandlung von Covid-19. Und weil es, jedenfalls Ihrer Einschätzung nach, nicht hilft. Und außerdem ganz böse Nebenwirkungen hervorrufen kann. Und das Risiko überwiegt da bei Weitem die Chancen auf eine irgendwie geartete, nicht nachgewiesene Genesung. So, jetzt fragen Sie sich natürlich, Moment, aber warum haben die dann den Kredit gekriegt über 760 Millionen? Ja, das fragen sich die Analysten übrigens auch, ganz viele. Die sagen, Moment, Isman Kodak, ja, aber die haben nichts auf die Reihe gekriegt in den letzten Jahren. Bekommen sie aber 760 Millionen für eine Produktion eines Wirkstoffs, von dem eigentlich überhaupt nichts in den Büchern, also von dem man sich keine großen Hoffnungen macht, dass damit der Durchbruch kommt. Das nennt man Politik. Ja, offensichtlich hat hier der amerikanische Präsident oder einer seiner Berater es sehr gut gemeint mit dem Unternehmen und ein Branchenanalyst hat gemeint, wir haben übrigens sehr viele Unternehmen, die sich sehr gut in diesem Thema auskennen und die früher keine Kameras hergestellt haben, die nicht einmal in Erwägung gezogen wurden für solche Kredite und auch nicht an solchen Programmen teilnehmen durften, währenddem wir Isman Kodak ganz bestimmt nicht auf unserer Liste gehabt hätten. So, jetzt sind sie so ein bisschen im Bilde, da geht es offensichtlich, das ist sehr nett gewesen, da geht es offensichtlich, wie gesagt, um Politik und deshalb geht die Aktie auch schon wieder steil nach unten. Gestern bei Robintrack konnte man ja sehen, dass, keine Ahnung, 120.000 neue Konten eröffnet wurden, beziehungsweise Konten nicht neu eröffnet wurden, aber Positionen hier mit Kodak letztendlich eröffnet wurden und heute geht es schon wieder rasant mit dem Papier nach unten. Gestern ging es schon im Tagesverlauf wieder ordentlich nach unten. Ich glaube, heute sehen wir nochmal einen Abschlag von 14 Prozent. Es ist momentan einfach eine verrückte Börse, lassen sich nicht von irgendwelchen Hype begriffen und Luftblasen da überraschen am Ende. Irgendeiner zahlt da immer die Zeche und die, die am Anfang dabei sind, die haben natürlich toll verdient, aber alle anderen, wie gesagt, zahlen drauf. Bleibt eine spannende Geschichte. Ihnen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Erholen sich gut, Wetter soll ja klasse werden. Grillen Sie ein bisschen mit der Familie und wir sehen uns Montag wieder. Bis dann, tschüss. Lieb, Chevrolet, Sie sind hoffe, es geht um es hier. seven işit في K rack aplications beyond. ServBrats Plan Boy Band out